Unglücklich, Darling? Ja, unermesslich. Deine Hand ist so kalt wie ein toter Fisch. Mein Liebster, das ist ein toter Fisch. Wir haben es erwischt. Geht es ihm gut? Er scheint vollkommen wahnsinnig zu sein. Danke, alter Knabe. Was für ein herrlicher Morgen. Weg, die Kinder. Schon gut, ich bin wach. Was ist denn das hier für ein kunterbuntes Öhrchen? Es ist so anders. Paxley, nicht austränken. Dieser Gentleman möchte auch noch was. Aber einen tollen Tag in der Schule, Schatz. Gib dein Schlechtes. Das ist dein Kindergefängnis. Wer ist denn? Ich bin Parker. Ich heiße Wednesday. Du hast kein Handy? Du hast keine Armbrust. Und ich hab gedacht, jeder hätte eine. Wednesday! Toller Schuss! Ich würde so gerne mal durchdrehen und meine Mom erschrecken. Zufällig sprichst du mit der Königin des Schreckens. Betätige den Schalter. Erwecke meine Kreatur zum Leben! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nimm sie weg! Das ist ja voll genial. Wednesday! So einen Aufzug dulde ich hier nicht. Parker sagt, es unterstreicht mein Lächeln. Du hast kein Lächeln. Ich habe sehr vieles, von dem du nichts weißt. Parker! Wer hat dir das angetan? Ich selbst, das ist mein neuer Look. Diese Adams, diesmal sind sie zurückgegangen. Diese Leute sind frisch! Niemand quält meine Familie außer mir. Das ist keine Stadt! Park zu mir, Feuer frei. Dieser Tag nimmt einen wundervoll zerstörerischen Verlauf. Gute Neuigkeiten. Park's Nee ist weg. Wednesday, grab dein Bruder aus. Sofort. Oh, du schwächst den Genpool.